Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der deutsche Leitindex der DAX unbedingt sein Allzeithoch sehen will. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster gestern, als die Amerikaner nicht aufgepasst haben, weil Martin Luther King Day war. Da waren die großen europäischen Indizes allesamt im Minus. Nur der DAX leicht M&A Plus und das gleiche Spiel heute. Wir sehen die großen europäischen Indizes, den italienischen mit Quaranta, den spanischen E-Bags, den Fuzzi aus UK, den Kacke aus Frankreich. Alle so um und bei minus 0,5, minus 0,6 Prozent. Nur der DAX, der ist unverändert. Der hat also überhaupt keinen Schaden genommen durch den Coronavirus, könnte man sagen. Heute nach der scharfe Abverkäufe Hang Seng deutlich über 2 Prozent im Minus. China A 50, 2 Prozent im Minus, Nikke immerhin knapp 1 Prozent im Minus. Da war also durchaus was los und die Sorgen in Sachen Coronavirus, die werden nicht geringer. Jetzt hat man weitere Fälle in anderen chinesischen Städten entdeckt, darunter in Peking. Also das Ganze scheint sich auszuweiten, wie das Staatsfernsehen hier berichtet. Und Hu Xixin, der Chefredakteur der Global Times, sagt, ja, also das ist praktisch, diese Situation ist praktisch jetzt so dramatisch, dass die Leute vielleicht besser auf ihre Reise nach Hause verzichten sollten. Jetzt zum Neujahrsfest, aber hunderte Millionen von Chinesen werden sich aufmachen, um eben in die Heimat zu fahren, aus der sie ursprünglich kommen. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da weitere Infizierungen sind. Jedenfalls dürfte das auf jeden Fall dann die Konsumausgaben so ein bisschen dämpfen. So ist es zu vermuten. Aber der DAX, der hat das Ganze abgeschüttelt. Mag auch daran liegen, dass wir heute einen überraschend starken ZEW-Index gesehen haben. Wir sehen, wie diese ganze Kurve hier nach oben geht. Das ist innerhalb kürzester Zeit vom tiefsten Stand seit acht Jahren zum höchsten Stand in fünf Jahren. Das ist ein bisschen irrational, aber vielleicht erklärbar dadurch, dass beim ZEW ja nicht wirklich Firmenchefs befragt werden, wie beim IFO-Index, sondern Analysten. Und die gehen so ein bisschen mit dem DAX, mit den Aktienmärkten. Das hat offenkundig einen nachhaltigen Einfluss auf ihre Stimmung. Und wir wissen, der DAX, der ist ja neines Allzeithochste, die Amerikaner sowieso. So, was hatten wir noch? Wir haben natürlich Interessantes wieder aus Davos gesehen. Da hat heute Donald Trump eine Rede gehalten, die, naja, wenn man Trump-Fan ist, vielleicht ertragbar war. Wenn nicht, eher nicht. Das war eine Selbstbeweihräucherungsorgie. Am Trumpschen Wesen wird die Welt genesen. Das war der Grundtenor. Also das ist schon eine Art von Selbstzentriertheit, die schon beeindruckend ist, möchte ich sagen. Er hat gleichzeitig dann angedroht, den Europäern, ja, wir werden Zölle gegen euch erheben, gegen Autos aus der EU erheben, wenn ihr nicht zu einem Deal bereit seid, so wie wir ihn uns vorstellen. Larry Cutlow hat übrigens gesagt, das, was die FED da macht, in Sachen Trump-Administration nochmal der Verweis, das, was die FED da macht, nämlich die T-Bills zu kaufen, die kurzlaufenden Staatsanleihen zu kaufen. Das sei basically QI, also jemand, der es endlich mal zugibt. Apropos Davos, Trump ist ja hier am Start und wir sehen, dass hier nur 2.153 Menschen in Sachen Ungleichheit, in Sachen, wer geht da eigentlich nach Davos, das sind ja die reichen und besonders reichen CEOs, Politiker etc. Die reichsten 2.153 Menschen besitzen genauso viel oder mehr, sogar mehr als 4,6 Milliarden Menschen zusammen, das muss man sich mal vorstellen. Und Trump hat ja heute die US-Ökonomie gelobt und wie gut es den Amerikanern geht, aber wenn wir uns mal hier die Mittelklasse anschauen, das ist ein Vergleich aller Mittelklassen. Normalerweise, je reicher und mächtiger ein Land ist, umso besser geht es der Mittelklasse. Die USA ist hier ein Ausnahmefall und hier schreibt zum Beispiel Zero Hedge, das ist etwa auf der Linie von Russland, Türkei, China, also fast schon auf Entwicklungslandniveau, möchte man fast sagen. Hier sehen wir die Amerikaner, alles andere als eben wirklich gut aufgestellt, die Mittelschicht, die Deutschen ziemlich im Mittelfeld, Island, Niederlande, Frankreich, Dänemark, das sind die führenden Länder, wo es auf der Mittelschicht wirklich gut geht. Und das ist ja sozusagen der Mittelbau, der für eine Gesellschaft so extrem wichtig ist. Was haben wir noch? Wir haben natürlich extrem günstige amerikanische Aktienindizes. Ich will nochmal darauf verweisen, 63,4 Prozent aller US-Aktien im S&P 500 sind überkauft. Das ist der höchste Stand seit Februar des letzten Jahres. Wir sehen Standardabweichungen, die erstaunlich sind hier. Für eine Mischung aus technischen Indikatoren von 100 möglichen Punkten sind wir da bei 98,48, wie Lance Roberts hier zeigt. Also das sind schon Extremwerte. Gleichwohl kann der S&P 500, kann die Wall Street noch weiter steigen in Erwartung dieser immensen Liquidität durch die Fed. Alles ist möglich, aber wir sind so hoffnungslos überkauft, dass eigentlich markttechnisch eine Korrektur gesund wäre. Und diese Überkauftheit, dieser Optimismus, der in dieser Überkauftheit ja zum Ausdruck kommt, der korrespondiert nicht wirklich mit dem, was PricewaterhouseCoopers jetzt gezeigt hat, nämlich eine CEO-Survey. Also eine Umfrage unter CEOs, da sind 53 Prozent pessimistisch für die Wirtschaft in den nächsten Jahren, für die Weltwirtschaft. Das ist das erste Mal, dass hier die Quote über 50 Prozent liegt. Also wir sehen diesen deutlichen Anstieg hier im Pessimismus derjenigen, die es eigentlich wissen müssen, weil sie an der Quelle sitzen, weil sie ihre Firma leiten. Aber die Wall Street ist extrem optimistisch. Mal sehen, wer recht hat. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100. Und klar, das ist natürlich so gewesen, wie heute schon ein bisschen im Videoausblick antizipiert. Was kümmert die Amerikaner? Ein Virus in Asien, gell? Die kümmert es überhaupt nicht. Die sind besoffen von der Fed und sagen sich, ein Schluck aus der Pulle schadet nicht. Und dann sehen wir hier diese Drehung, die natürlich wieder mal stattfand. Ähnliches Bild, allerdings ist der Nasdaq der beste Index beim Dow Jones. Wir sehen den S&P 500 nicht auf Allzeithoch, anders als der Nasdaq 100. Aber wir sind jetzt auch wieder dicht dran. Also all das sehr, sehr typisch. Die Amerikaner denken sich, damit haben wir nichts zu tun. Der DAX allerdings, und die Charts sind hier von Capital.com, meine Damen und Herren, nur falls ich es vergesse. Der ist jetzt genau 35 Pünktchen von seinem bisherigen Allzeithoch entfernt. Wir sind bei 13.565. Heute nachbörslich werden die Zahlen von Netflix und IBM gemeldet. Über Netflix werden wir berichten. Ab 22 Uhr seid ihr da dabei bei Finanzmarktwelt. Da wird sich vielleicht entscheiden, ob der DAX dann morgen früh gleich das Allzeithoch packt oder nicht. Wenn die US-Futures dann positiv reagieren sollten. Wenn nicht, dann schauen wir mal. Wir sind beim Euro bei 1.1091, intakte Seitwärtsbewegung. Wir sind beim Gold vorhin mal deutlich nach oben gelaufen, als neue Fälle von Coronavirus in China gemeldet wurden. Jetzt pendeln wir uns wieder 1.557 und das amerikanische Crote wieder über der 58-Dollar-Marke. Also, das wird jetzt spannend. Der DAX, der ist offenkundig willens, jetzt das Allzeithoch zu erreichen. Vielleicht schießt er ein bisschen drüber. Dann kommen die Headlines. Liebe Privatanleger, liebe Kleinanleger. Jetzt müsst ihr aber endgültig investieren, während vielleicht die Amis so langsam ihre Kaufpanik erschöpft haben. Wir werden sehen, die Berichtssaison fängt jetzt an, die Tech-Berichtssaison fängt jetzt an mit IBM und Netflix. Da wird sich dann zeigen, wie nachhaltig vor allem die Kursgewinne im Nasdaq sind, der ja alles andere outperformed hat. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste Ihnen und sage Servus und Ciao.